hallo und willkommen zurück hier aus dem wunderschönen baselbiet ich werde euch heute mal den ältesten kloster zeigen hier in basel land gehen zurück bis auf 1145 denke ich mal habe ich weiß es euch hinschreiben wie alt es ist und von außen her sieht das unglaublich aus also alles noch erhalten wird da noch ein paar sachen noch ergänzt hier hat es noch einen skulpturen mit auf dem weg wo ihr sehen könnt wo zuerst mal was ist das hier? das bin ich sieht ihr etwas? oh nein ok skulpturenpark ist offen wie ihr sehen könnt es ist skulpturen hier ach ja stellt mal vor was da alles da war ich glaube das ist noch von den wow das ist irgendwie sprachlos ja das ist mal das was ich euch zeigen wollte ich hoffe der wind stört nicht allzu sehr aber später zeige ich euch noch einen aussichtspunkt und irgendwo dort oben liegen zuerst mal hier mal sehen was da schöne möglichkeiten hat kein eingang gehen wir da rein? kein eingang wie gesagt solche skulpturen sind überall aufgestellt kein eingang sieht euch das an ist alles noch die alte stromleitung hier sieht ihr keine ahnung was das hier ist nach was sieht das aus? Mädels gibt mir bescheid hier hat es noch eine galerie drinnen wo späteren zeitpunkt aber stellt euch mal vor hier hier waren auch nonnen also weibliche wie auch männliche wohnten in separaten gebäuden so dass sie sich nicht mischen konnten der religion halt dem meisten religion halt üblich dass man die frauen mit männer trennt entschuldigung und hier war das nicht anders aber da wie ihr sehen könnt werdet vor 1100 wie er dort lebt schön abgeschottet hinten sollte glaub ich noch ein see sein aber wie wunderschön hier schaut doch der son ich weiß nicht wie geht es euch so wenn ich so etwas sehe das blüht mal mein herz auch die growen hier die eigenen sachen auf oh hier hi assalamualaikum buenos dias ola und kia, gerade mal reinbeißen wir, ja wie gesagt, hier ist noch ein Fluss, irgendwo sollte es noch einen Weg geben, aber ich weiß nicht genau wo, sollte, sollte, aber was wir jetzt machen, ich bringe euch jetzt mal mit zum sogenannten Drachenloch, oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das dort oben seht, ich hoffe, wir gehen dorthin, mal schauen, was es hier gibt, hab mein Auto da geparkt, ja, Auto, normal, wenn das war jetzt für ein ÖV-Ticket, muss man eine Leber hingeben, und ich mag meine Leber, auf jeden Fall versuchen wir mal irgendwie dort, dort oben, oder dort oben, mal schauen, was uns der, Google Maps, so, seit, ich weiß, ist ein bisschen wieser mit dem Licht von hinten, aber schaut euch mal das an, das ist so beruhigend, weiß nicht, aber ich stehe, ich stehe auf Ruinen, die ältlichen Zeiten, die Generationen, weiß nicht, ich finde es einfach toll, zu sehen, wie sie, wie sie gelebt haben, wie sie leben würden, wenn sie heute noch, wenn wir heute noch in der Vergangenheit wären, aber soweit sind wir voll geteilt, und wie ihr sehen könnt, ist alles voll, voll, die Leute kommen hier, es ist etwa 12 Uhr, mal sehen, was da abgeht, aber seht ihr, solche Skulpturen, sind überall auf dem Weg, markiert, und entschuldigt mich von meinem, von meiner Lunge, ist ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, wir können das Regen, aber schaut euch das an, hey, ich hätte voll hier, so eure eigenen Sachen groben, hier, ja, Kasse, was ist die Kasse, und unterstützt das, unterstützt das, das heißt nicht, dass ihr, wenn ihr hierher kommt, es nicht unterstützen sollt, aber wo ist die Kasse, warte, 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 ich sehe etwas, so, wir sind, hier habe ich geparkt, jetzt sind wir da ja, Ah, genau, siehst du, hier, 1145, urkundlich, auf dieses Kloster, auf der Mönchsgemeinschaft, hier die Geschichte, renoviert, Ich glaube, die Steine sind immer noch, immer noch, live hier, wow, 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 ich glaube, das ist, das ist immer noch, das ist immer noch die, die Steine vom Pfarrer, Wow, ich kann mich mal, die Kasse finden, wo ist die Kasse, Kasse gegenüber, Keine Ahnung, wo die Kasse ist, fragt man nicht, Ah, ja, hier ist die Kasse, alles klar, So, hier, seht ihr, immer, irgendwie, Geld reinwerfen, warte, muss man schon, ein bisschen Geld abheben, von meiner, von meiner Bank, Entschuldigung, für die, für die Verwaglichkeit, Aber hier, man gönnt ja sonst nix, 10 Franken rein, Unterstützt, Unterstützt die Gemeinde, Es wird euch, So, hier, danke, Er bedankt sich auch, Und so ein Ding, 2 Franken, Hat man 2 Franken irgendwo gehabt, Frag mich nicht wo, Ja, darf nicht, Aber ist okay, Hab reingetan, Ist auf Kamera, Könnt ihr sehen, Was ich nicht, was Bestimmen wurde, Aber, Sehen wir mal hin, wo wir, Wo wir hingehen, So, Mal schauen, Mal schauen, Wo wir, Wo wir hier sind, Aber ihr könnt euch mal, Die Leben mal anschauen hier, Aber ihr könnt euch mal, Die sind auf dem NDR, Am richtigen Weg, Mal schauen, Wie lange wir brauchen, Es ist jetzt, 10 vor 12, Mal schauen, Wie, Wie gut, Wie gut wir vorankommen, Wie gut wir vorankommen, Ja, Kann man schicken, Oh, wie herzlich, Schau mal das an, Ja, Seid ihr herzlich, Hallo, Hallo zusammen, Schau mal an, Wie, Wie gemütlich die dort sind, Diese kleinen, Was macht der, Hallo, Sehr gegrüßt, Schau mal, Legt die Hörner ab, Oh, Ein Schmetterling, Ist herrlich, Wie, Ich hab hier gar nichts, Ich hab gar nichts, Oh, Schau mal, Hallo, 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 Das ist herrlich, Das ist herrlich, Wirklich, Oh, Hier, Oh, Der Hahn, Weißt du, Die Sonne blendet sich schon, Schau mal, Wie die kommen, Ich habe hier gar nichts, Die sind sich sicher gewöhnt, wenn jemand da steht und sie rauskommen, dass sie Essen bekommen. Aber schau mal an, schau mal den an. Blackhawk. Herrlich. Ist nice. Oh, schau mal. Ich bauche ja auch zu Hause. So kann ich mir selber kratzen hier. Schau mal, wie schön. Ja, das gefällt dir, ne? Ja, würde mir auch gefallen. Ah, herrlich. Hey Leute. Das ist mal nur... Oh. Oh, ein Hofladen. Oh, da gibt es Lamm. Wegen Quark, Eier. Schau mal rein. Oh. Wie gesagt, das ist eine große Leute gelangt. Ja, schau mal, so sieht das aus. In der Schweiz hat man Rovus, Rind, Wildschwein. Oh. Wollschwein. Das sind Wollschwein. Wow. Aufschreiben, was man genommen hat. Rein in die Kasse, Trinkgeld dort. Man kann sogar trinken. Wollschwein. Nee. Oh. Eier Nähkos. Wäre interessant am Nähkos. Oh, warte. Fleischbestellungen. Ich denke, das ist ein Wollschwein. Ah. So, Leute. Wir haben etwas gelernt. Wollschweine. Oh, nice. Ja. Bio-Saatgut. Wow. Ah, da sind die Wollschweine. So, hier, solche Skulpturen. Sehen wir überall. Ja. Und hier, Wollschweine. Das sind Wollschweine. Jetzt. Auch schön. Die haben hier. Ich frag mal, ob wir da übernachten können. Oder ob das ein Eigentum ist. Von den Leuten hier. Warte. Sieh mal die Brille an. Da, Wollschweine. Jetzt weiß ich warum die. Schau mal an. Oh. Glücklich. Hört ihr das? Hört ihr das? Es ist 12 Uhr. Also, es ist eine Essenszeit. Hört ihr das? Nice. Und der Bach. Der schöne geht hier durch. Da entlang. Immer frisch. Quellwasser. Irgendwo von den Bergen drunter. Oh. Sieht mal an. Skulpturenpack. Hier. Sachen zu mir. Aber ich weiß nicht. Was haltet ihr davon? Oder wie seht ihr das? Gefällt euch das Landleben? Oder seid ihr hinter die Stadtkinder? Gerne in der Stadt herumgucken? Mit mir. Also ich persönlich. Habe es gerne in Würfenland. Wow. Schau mal an. Seht ihr das Skulptur? Kein Wunder. Wollen sie 10 Franken haben? In Franken. In Franken. Das sind etwa. Jetzt in der Situation. Sind das etwa 10 Euro. Oder 9. 99. 89. 89. Euro. Warte mal. Gehen wir hier durch. Gehen wir oben durch. Und dann. Und da. Okay. Super. Ich habe es gefunden. Wir gehen jetzt. Dort entlang. Ich hoffe. Eine Leiter. Falls jemand eine Leiter braucht. Sollte sehr angenehm sein hier. Schaut mal an. Die Landschaft hier. Aber ich melde mich gleich. Falls es jetzt etwas zu sehen gibt. Bis gleich schön. Bis gleich. Bis nächste Woche. Weißt du's. Genau. Bis bald. Und dann bin ich auch ein. Bis bald. Bis bald. Ja. Ich sag euch auch eins. Bis bald. Bis bald. Kondition habt oder den Cardio irgendwie vernachlässigt habt, dann ist dieser Weg nicht empfehlenswert. Wir sind von da, irgendwo dort unten im Tal, sind wir hochgelaufen. Es ist anstrengend. Ich hoffe, wenn ihr herkommt, dass ihr ein guter Cardio habt und es ein Training wert ist. Die Aussicht, wie ihr seht, ist himmlisch. Oder ihr kommt mit dem Auto her, macht es so wie die. Und, ja, ist ein bisschen... Geht sie wieder an? Hoppla! So. Seht ihr das? Traumhaft. Hier ist die Femd, die Grenze zwischen Baselland und Solothurn. Hier ist die Grenze. Oh! Schaut euch das an. Wir haben Schnee hier. Schaut euch das an, ey. Ist einfach wunderbar. Oh, voll auf die Seite gehen hier. Weil es ist sehr beliebt hier. Vor allem zum Wanderung. Wir gehen entweder dorthin oder wir gehen dort drauf. Einzuweiden. Aber ich bin so stolz auf mich. Das ist... Bis hier oben. Hier. Hier. Kann ich mal reden, ey. Das ist bis hier oben. Scheiße. Aber ich muss sagen, das ist... Es ist die Qual wert gewesen. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter hoch. Ich bin gerade mit 215m zu mir auf. Ich melde mich. Ich muss mich schon mal in der Sache weg. Also, gleich wieder zurück. Es wird jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob es so dumm ist für diese Kamera. Aber, aber... Wow. Was denkt ihr, was er sie hat? Was? Wo ist es? Wunderschön. Was? Wunderschön. Wunderschön. Vielen Dank.